jetzt habe ich dich wunderschönen guten tag ihr hübsch und herzlich willkommen zur nächsten folge combat arms reloaded in der letzten folge hatten wir ja combat arms classics jetzt ist wieder combat arms reloaded dran und ich muss mal eben ganz kurz auf meinen zettel gucken was wir hatten und was wir noch nicht alles klar denn wir wollen ja olrig hatten wir hier noch nicht gehen wir nochmal in olrig rein das ist keine spezialwaffen kampfbeitreten an das heißt in spezialwaffen so nun start auch ich bin heute ein bisschen genervt weil das programm mit dem ich sonst aufnehme das obs studio mal nimmt das die anderen games an mal ja die vorletzte folge habe ich auch komplett obs gemacht combat arms reloaded und jetzt plötzlich geht es nicht mehr was mich tierisch nervt es nervt obs studio ist mittlerweile für mich ein scheißprogramm und ich versuche jetzt echt eine alternative zu finden ganz schnell wenn ihr eine idee habt was für eine alternative immer rein damit in die kommentare weil obs studio ist scheiße definitiv definitiv so dann ist in mir in black squad meine maustaste verreckt meine mausrad was natürlich voll für'n arsch ist ah da schwein gehabt du was voll für'n arsch ist weil da war mein messer drauf und jetzt muss ich die umgelegen in die taste na kommt der kommt er nicht daneben geschossen ich glaub's nicht bin grad echt bisschen angepisst weil das obs studio einfach nicht funktioniert so wie ich das gerne möchte und das ist für mich tatsächlich ein problem oh nice ja mal funktioniert's mal funktioniert's nicht ich weiß nicht was das für ein scheißproblem sein soll ich kann es mir nicht erklären aber was auch immer das sein soll es nervt einfach ist zwar kostenloses programm aber trotzdem wenn man was anbietet dann sollte es schon funktionieren und das tut's in diesem fall nicht deswegen suche ich jetzt eine alternative die das auch mitmacht was ich will das nervt wo steht denn die Sau ah von der Seite kann er nicht nach links gucken oh mein Gott kommt einer und dann verreckt mir meine maus auch noch alter das ist zum kürmerkneule ohne scheiß verreckt mir einfach die maus ja was heißt verreckt nur der mausbutton der mittlere ist mir verreckt und das ist natürlich ein problem weil genau diese taste brauche ich zum messer ziehen um schnell wegzurennen ich weiß gar nicht wie lange ich die maus jetzt schon habe sie ist schon wieder ah fuck you schmeißt ja auch noch feuer nades danke fürs blocken arschloch was kommt denn dieser winkel gulasch boah nicht aufregen ey gar nicht aufregen gar nicht aufregen hab ich dich ach was ich sage ich bin heute ein bisschen ziemlich ein bisschen ist gut ich bin ziemlich genervt heute weil es einfach nicht so klappt wie ich das will und dann verreckt mir auch die scheiß maustaste wo ich mir denke what the fuck Allah die maus hat 60 euro gekostet und es funktioniert einfach nicht äh krexmine das nervt ich weiß gar nicht wie alt die maus ist aber die ist noch kein jahr alt und die verreckt einfach die scheiße was ein team glotzen 100 mann durch ein loch durch anstatt einmal nach links zu gucken ach ist schon wieder nicht mein tag heute ja genau ist klar Fick dich, du hässliches Stück Scheiße, du! 26 AP, Alter. Was soll ich damit jetzt machen? Ich muss auch zugeben, Eurig ist auch nicht wirklich meine Map. Boosa! Ah ja, genau. Lasst doch die Leute in die Base reinkommen, ihr Vollidioten. Ehrlich. Was stimmt denn mit euch nicht? Go, go, go! Assistiert, natürlich. Ja, ist klar. Nee. Nee, nee, nee. Da fällt mir ja nichts zu ein. Avrupa, natürlich. Den Typen, was haben wir denn schon gekickt aus unserer Räume? Was haben wir denn schon gekickt bei unserer Räume? Ah. Meine Fresse! Ja, Luft ist raus bei mir. Keine Ahnung. Bin genervt. Von nem Scheißprogramm. Ah, jetzt bleibe ich hier noch backen, ey. Ah, jetzt quäme die Scheiße hier auch noch rum. Bin ich einfach genervt von. Dann hast du so ne kleinen Scheißspasten, die dich ständig wegholen aus irgendwelchen Ecken, Alter. Dann hast du so ein geiles Team, was ständig woanders hinglotzt. Und nicht abdeckt und ach. Und schon wieder. Er sieht, dass ich durch die Tür glotze. Nein, er muss nur auch durch die Tür gucken. Er muss da auch hingucken, statt nach links zu gucken, weil von da kommt ja keiner. Meine Güte, nee. Jetzt habe ich dich. Mann, 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 Mann. Ist heute... Wenn was nicht läuft, ist bei mir die Luft auch schnell raus. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Dann ist... Ende. 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 Ja genau, mich trifft der natürlich. Ist klar, mit der M24. I love it. Na kommt noch eine Nate. Genau, mir zieht es wieder AP ab. Ist klar. Das sind so ne Tage, Leute, die hasse ich einfach. Ich bin schon wieder negativ. Geil. Läuft bei dir. Überall diese scheiß Feuernades. Boah, dämmiger Verschrocken jetzt, oder? Ja, tsch. Hardcamper, Alter. Blöder. Oh, geh doch, Alter. Nice Hack, schreibt er. Natürlich. Weil er jetzt mal einen auf den Sack gekriegt hat, heißt das wieder Nice Hack, Mann. Ja, ich bin wenigstens ein Kill negativ, äh, positiv. Ja, das ist schon mal. Schon mal etwas. Für die miese Laune des Tages. Ekelhaft. Aber, wir haben Allred gespielt. Und... Waren sogar positiv. Auch wenn ich voll die miese Laune hatte. Wie gesagt, Leute, OBS Studio kann ich euch nicht empfehlen. Größte Kacke, die es gibt. Mittlerweile denke ich leider so von dem Programm, obwohl es eigentlich eine geile Idee war. Auch wenn es kostenlos ist. Aber wenn es nicht funktioniert, dann soll man es lassen. Und somit verabschiede ich mich von euch, wenn es euch gefallen hat. Like, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.